Was ist eigentlich dein Lieblingsfilm? Also ich glaube, mein Lieblingsfilm ist Date-Movie. Okay, und um was geht es in dem Film? Es ist so ähnlich wie Scary-Movie. Also es ist, da werden die Leute erschreckt und filmt halt und es ist halt ganz lustig. Okay und was ist denn dein Lieblingscharakter aus dem Film? Boah, das weiß ich nicht. Gibt es so viele, oder? Ja, es ist einfach, ich kann ihn nur empfehlen, also es ist top. Okay, danke. Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm ist Captain America. Okay, und warum genau? Weil es sehr actionreich ist. Okay, und was ist, ja, was ist dein Lieblingscharakter? Ja, genau. Und um was geht es da alles? Ja, da muss ich die Welt retten. Gibt es mehrere Filme, oder? Zwei, glaube ich. Okay. Was ist denn dein Lieblingsfilm? Ich liebe Shoot It's Money Tour. Und warum genau? Weil er geil ist. Okay, und was ist dein Lieblingscharakter? Ähm, ähm, der Windetouch. Ja, und warum jetzt? Ja, weil er so witzig ist und so schwul. Was ist denn genau dein Lieblingsfilm? Also mein Lieblingsfilm ist ja verschieden, fast alle. Okay, und gibt es irgendeinen bestimmten, oder? Nein, eigentlich nicht. Ja gut, dann kannst du es über irgendeinen was genaueres verraten? Nein, eigentlich nicht. Okay. Danke. Ja! 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 Ja!